Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Von der Fähigkeit zur Vernunft Steven Pinker spricht sich in mehr Rationalität für die realistische Denkweise aus. Eine Rezension von Werner Jung Nachdem sich der US-amerikanisch-kanadische Kognitionspsychologe Steven Pinker in Büchern zuletzt mit der Aufklärung und in einer heftig debattierten Abhandlung mit Fragen der Gewalt beschäftigt hat, legt er nun eine Monografie zur Rationalität vor. Aktueller Anlass sind für Pinker, die im Zusammenhang mit der Präsidentschaft Trumps und den in der Covid-19-Pandemie grassierenden, soll man sagen exponentiell steigernden Fake News, Verschwörungstheorien und die ubiquitäre Irrationalität. Doch muss der Leser viel Geduld aufbringen, denn die längste Zeit seiner Abhandlung über beschäftigt sich Pinker, der eigenen akademischen Herkunft geschuldet, mit Fragen und Aspekten der formalen Logik, in deren basale Formen er eine gelungene Einführung liefert, wie auch mit mathematisch-statistischen Problemen sowie der Wahrscheinlichkeitsrechnung und auch Momenten der Spieltheorie. Darin erkennt Pinker so etwas wie Basics, die bereits Schüler neben Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt werden sollten. Zurecht betont er die Eroberung einer kognitiven Nische im Laufe menschheitlicher Evolution, d.h. die Fähigkeit, die Natur mittels Sprache, Gemeinschaftssinn und Know-how zu überlisten. Niemand ist eine Insel, jeder Mensch zu jeder Zeit, da knüpft Pinker an eine lange philosophische Tradition an, die von Aristoteles über das mittelalterliche Denken, die Aufklärung und den Utilitarismus bis etwa zu Peter Singer reicht, ein Gemeinschaftswesen, ein Zoon Politikon. Und nur als und in dieser Gemeinschaft entwickelt der einzelne Mensch ja die Menschheit insgesamt Vernunft. Schlagend die Argumentation. Allein die Tatsache, dass man das Konzept der Vernunft unter Anführung von Vernunftgründen in Frage stellt, setzt die Validität der Vernunft voraus. Ohne dass Pinker trennt die Unterschiede, so müssen doch Vernunft und Rationalität in Eins gesetzt werden. So ließe sich sagen, dass die Vernunft zu etwas wie kantisch das Vermögen der Rationalität ist, unbeschadet der offenkundigen Tatsache, dass der Mensch zumeist durch seine Intuition, wie Pinker schreibt, was wieder mit eigenen Interessenlagen und Vorteilsannahmen zusammenhängt, verleitet wird. Eher der Irrationalität aufzusetzen. Dies zeigt Pinker insbesondere in den beiden letzten von insgesamt Titeln, die sich auf das aktuelle, leider andauernde Phänomene, Covid-Quacks halber das Leugnen des Klimawandels und Verschwörungstheorien, beziehen. Pinker hält ein gut begründetes Plädoyer für die realistische Denkweise in dem, was er die beiden Bereiche der Welt nennt. Der eine besteht aus den physikalischen Objekten unserer Umgebung, den Menschen, mit denen wir persönlichen Kontakt haben, den Erinnerungen an unsere Interaktionen sowie den Regeln und Normen, die unser Leben in geregelte Bahnen lenken. Meist sind unsere Vorstellungen von diesem Bereich korrekt und innerhalb seiner Grenzen stellen wir rationale Überlegungen an. In diesem Bereich glauben wir, dass eine reale Welt existiert und Überzeugungen von dieser Welt entweder wahr oder falsch sind. Der andere Bereich ist der jenseits unserer unmittelbaren Erfahrungen, also die weit zurückliegende Vergangenheit, die ungewisse Zukunft wie entfernte Menschen und Orte, uneinsehbare Führungsetagen, das mikroskopische, kosmische, kontrafaktische, metaphysische. Überzeugungen, die diese Gebiete betreffen, sind Narrative, die unterhaltsam sein können oder inspirierend oder moralisch lehrreich. Ob sie buchstäblich wahr oder falsch sind, spielt keine Rolle. Diese Überzeugungen haben die Funktion, eine soziale Realität zu schaffen, die den Stamm oder die Sekte zusammenschweißt und ihnen einen moralischen Sinn verleiht. Nennen wir dies die mythologische Denkweise. Hier gilt es nun zu vermitteln, wobei sich Pinker dem alten von Max Weber bereits geäußerten Gedanken anschließt, dass es uns, menschheitsgeschichtlich, ohne dabei in eine pure Apologie blinden Fortschritt zu verfallen, um die Entzauberung der Welt gehen muss. Und das heißt dann nicht zuletzt, die Fahne der Rationalität hochzuhalten und die Treuhänderschaft, wie sich Pinker ausdrückt, als kostbare Ressource, die man nicht vergeuden sollte, wertzuschätzen. Nämlich folgendermaßen. Da niemand alles wissen kann und die meisten Menschen fast gar nichts wissen, besteht Rationalität darin, Wissen an Institutionen outzusourcen, die auf das Erheben und Teilen von Wissen spezialisiert sind, also vor allem die akademische Welt, öffentliche und private Forschungsinstitute sowie die Presse. Sie hörten von der Fähigkeit zur Vernunft. Steven Pinker spricht sich in mehr Rationalität für die realistische Denkweise aus. Eine Rezension von Werner Jung. Ein Beitrag aus der Redaktion Gegenwartskulturen geht Duisburg-Essen. Sprecher Matthias Püllmann. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcasts hören. Anke, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr. , sehr gut. Werner ID